Plus 30 Äh, wo war noch mal der Scheiß? Oh, hier Was war das hier? Was war das? Ja Okay Wow, plus 25 für die Siegel Mega nice Sieht schon übelst geil aus, ey Das letzte Ich finde es gerade echt schön, dass wir so viel schon haben Das macht mich ein klein bisschen stolz Ne, guck mal, das ist am Schluss an Buongiorno 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 Salute Saezio Sollen wir uns die Liste anschauen? Der sichert Opfer Ah Das war zack Lehnen, so Der ist schon auf Das kann ich öffnen Kostet noch einen Toei Tja Dann Dann Kirche Die Liebesgilde Und zum Schluss der Brunnen Nice Nice Buongiorno Buongiorno Alter Nice 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 Mir war es immer wichtig, dass man eigentlich immer erstmal alles hat Das ist wirklich so, das ist immer wirklich sehr wichtig Boah, nice Gemälde Porträts von Etsy aus Zielen Nice Das heißt von den Leuten die Würfel vor Umbringe Die kriegen auch immer was, die ganzen Sachen alle Okay Bis bald Bis bald Ich fühl besser aus ey Nach Florenz müssen wir mal Ist nicht da unten Soll das Deine Deine Ich Bist du Die Die D Dass Die Ich frage mich, warum er Sachen macht, die er macht. Ich frage mich mehr. Mehr. Das ist es. Das ist alles. Okay. Hoppa. Hoppa, hoppa, äh. Natürlich versuchen wir alles auf 100% auszubauen, aussprich auch alle Sachen zu kaufen. Natürlich kaufen wir die Sachen erst, wenn wir natürlich überall die ganzen Prozente haben und so weiter und so fort. Ist natürlich ganz, ganz klar. Ja, zack. Ja, nochmal. Alle 600 abgefrühstückt hier. Hier oben raus. Ist wirklich gefallen lassen oder was? Nice. Sehr gut. Jetzt gehen wir nach. Ja, jetzt gehen wir nach so erfolgreich. Guck mal, ob die haben da raus. Ähm. Du musst schon nach oben auch, ne? Kollege. Das wird sich... Achso. Okay. Okay, schon gut. Jetzt gehen wir nochmal zum Miele gehen und gucken, ob da noch was ist. Ich glaube, er ist da unten da. Können wir dann nochmal 600 abstorben? Das war mega nice. Das war mega nice. Sorry. Echtes Körn. Ich bin echtes Körn. Ich bin echtes Körn. Ich bin echtes Körn. mir ist. Warte mal jetzt hier in Wiener, Alter. Das Ding hier vorne vielleicht? Oh man. Wow, da kannst du nicht hoch. Ernsthaft? So. Hä? Der ist gut. Idiot. Na egal, komm, scheiß jetzt drauf, alter. Nackmeer-Marsch. 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 Müsst ihr mal weiter mit der Story und so weiter, ne? Müsst ihr mal vorankommen. Da wurde was los. Florencia nach... Ich meine, die Mission war... Wann am Winter, Digga, das ist das Beste. In den beiden dronen haben wir doch gar nicht geguckt, oder... gar nicht benutzt, oder wie läuft das da jetzt? Ist ja verrückt. Das ist ja auf jeden Fall schon gegenseitig. Verdekel. Ne, das ist schon da gar nicht. Tatsache. Weil wir da gar nicht waren. Da kommen wir doch hin, bestimmt. Bestimmt kommen wir jetzt sogar hin. Ne, jetzt haben wir wieder neue Punkte. Neue Punkte hier... Na genau, ihr wisst, was ich meine. Hier synchronisieren und so weiter. Aussichtsumplatten. Ach, Penisform, nirgends bescheuert. Ne, Ruhe. So. Du 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 du. Hoppa! Hat aber schon Glück gehabt, den Kollegen war ja. Die Reihe... Fass... tookande! Juhuuuhu! Synchron More Burnout. Das war noch zu alter ES-Zeiten, in denen ich schwimmen konnte, der kleine Mann. Ja, da kommen wir schon noch nicht dahin. Hier sieht es wieder aus. Ich sage, wie du springst in den Scheiß in den Haufen rein. Das sind böse, aber Leute von meinen Kollegen hier sind einfach böse, wenn die denn als Feinder markiert. Den verstehe ich jetzt aber nicht. Bruder, was geht ab, Pablo? Als ich sechs Jahre alt war, fiel ich in den Arno. Bald sah ich mich nach unten sinken und ins Dunkel. Sicher würde mein Leben bald enden. Stattdessen erwachte ich und hörte das Weinen meiner Mutter. An ihrer Seite stand ein Fremder, völlig nass. Er lächelte mich an. Meine Mutter erklärte, dass er mich gerettet hatte. So begann eine lange, blühende Freundschaft zweier Familien. Eurer und meiner. Verzeiht, dass ich euren Vater und eure Brüder nicht retten konnte. Ihr müsst euch nicht entschuldigen. Ich glaube, dass Jacopo de Pazzi eine Rolle bei ihrem Tod spielte. Auch beim Angriff auf euch. Ich muss ihn finden. Der Feigling floh, bevor wir ihn festnehmen konnten. Habt ihr irgendwelche Spuren? Nein, sie haben sich gut versteckt. Sie? Jacopo war nicht der einzige Verschwörer, der entkam. Wenn sie mit Jacopo arbeiten, waren sie auch an dem Komplott gegen meine Familie beteiligt. Gebt mir ihre Namen. Antonio Maffei, Erzbischof Francesco Salviatti, Stefano da Bagnone und Bernardo Baroncelli. Bene, ich gehe zu meinem Onkel. Er hat Männer im Hinterland stationiert. Wartet, wartet, bevor ihr geht. Eine Codex-Seite. Ich nahm sie aus den Akten von Francesco de Pazzi, da er sie sicher nicht mehr braucht. Ich habe mich immer für alte Dinge interessiert. Wie euer Vater. Es ist auch bedeutsam für mich. Dann seht sie als ein Geschenk. Möge Gott uns alle schützen. Ich habe mich immer für ein Geschenk. 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 Ich habe mich immer für ein Geschenk.